Erstes Mal geht der Ingo Ferienpass mit, als Privatpferd. Du siehst, ich sitze drauf. Das ist die Lisa, die ist neben mir. Ich habe gerade sehr viel Angst, dass er buckelt. Aber ich wollte dir das mal auf Video aufnehmen, weil wie du siehst, ist der Ingo ganz vorne. Und er lahmt nicht. Wie du siehst, ich gehe auch nicht auf Stein. Bitte schön, nicht in die Runde. Und der lahmt wirklich gar nicht. Und wir haben es davor ausgekratzt, das Loch. Also Carina, ich hoffe, dir macht das nichts aus, dass ich jetzt drauf sitze. Aber du hast es mir erlaubt. Ich werde lieb zu deinem Pferd sein. Ich mache dann nochmal ein Video irgendwann. Tschüss!